So, da bin ich wieder, nachdem mir gerade das Spiel abgestürzt ist. Also merke, der Prispa-Zauber-Crash das Spiel. Und bei dem Crash ist mir eingefallen, ich habe hier noch einen Brass-Key, den ich gar nicht verwendet hatte. Ah ja. Das war verkehrt rum. Äh, wie ging nochmal Feuerball? Fireball. Ah ja. Weil das wird jetzt sicherlich... Lust. Au. Ihr sollt mir dringend merken, nicht dort stehen zu bleiben, weil die gegnerischen Geschosse nicht durch den Porter gehen. Ja, das habe ich mal kurz abgefangen. Da ich keine Ahnung habe. Ja. Das portet mich nämlich dahin. Und das portet mich zurück. Gut. Okay. Da sind die ersten Gegner. Die... ... ... ... Böses wollen. Und ich sehe gerade nichts. Vor lauter Heiz. Aber... Okay. Äh, das ist nicht gut. Es sind mir zu viele Gegner auf der Seite. Also wechseln wir mal. Au. Au. Äh. Gut. Irgendwas ist gerade gestorben. Ich weiß nur nicht was. Au. Ja, einer von meinen. Aber ja, ich könnte die mit den Teleporter theoretisch ein bisschen austricksen. So, Feuer. Also das portet mich einfach auf die andere Seite. Das muss ich mir merken. So, der rennt jetzt, glaube ich. Da ziemlich im Kreis. Ich wollte gerade sagen, hast du dich selber gekillt? Nein. Hast du leider nicht. Au. Ja, der hat jetzt hoffentlich was gekillt. Ich porte mich mal weg hier. Okay. Jo. Heilung, wenn mal nicht schlecht. Okay. Der ist tot. Wenn ich nicht aufpassen will, wird das auch bald. Okay, solange es nur der ist, geht's. Das hat nicht viel Schaden gemacht, weil das der falsche Zauber war. Das war der richtige Zauber. Ich wollte eigentlich gerade fragen, war's da schon. Aber nein. Wir haben den Minenschaft-Control-Schlüssel. Ähm. So, trink mal das. Au, ja. Da war was. Nein. Nein. Mist. Hm. Und ich hab nicht F9 gedrückt. Ich hab nicht F9 gedrückt. So. Das war nicht das, was ich wollte. Okay. Das war schon mal ein bisschen besser auch. Ah, nein. Das war schon mal ein bisschen was, but... Ja. Das war nicht gut. Das ist noch weniger gut. Oh. Das ist überhaupt nicht gut. Ich fliehe mal kurz. Äh, ja. Ja, die beiden Jungs hier zu haben ist nicht so schön. Und mein Mauszeiger schmackt gerade. So, jetzt ist er wieder normal. Okay. Es ist irgendwie alles auf der Seite. Das ist nicht so gut. Einmal Heilung, bitte. So, das rags nur... Der ist, geht's. Okay, da kommt noch was. Das heißt es, vorsichtiger sein. Gut. Noch geht's. Okay, ich trete wieder die Flucht auf die andere Seite an. Mhm. Und wieder Flucht hier rüber. Jetzt musst du mal was trinken. Du zählst dich als fliegendes Monster. Okay. Das hätte jetzt Kauge gehen können. Genau wie das auch. Gut. Was für ein... ...blödes Level. Muss ich ärzthaft zugeben. Du wirst die meiste Zeit mit Heim beschäftigt sein. Ja. Okay. Was ist hinter mir? Damit habe ich eigentlich kein Problem, wenn es nicht beide auch einmal sind. Irgendwo aus dem Hinterhalt. Mist. Das ist auch gerade ziemlich random, was die machen. Teilweise. Ja. Das ist doch. Okay. Ja. Okay. Äh, ja. Ich dachte eigentlich, ich hätte gerade irgendwas getötet. Aber war leider nicht so der Fall. Okay. Okay, die Hälfte der Kampftruppe. Eigentlich ist alles hier drüben gerade. Okay, wieder jemand gestorben. Wie wäre es mit Unsichtbarkeit? Ja. Okay, das hebt Unsichtbarkeit auf. Au. Okay, ich habe zwei Gegner hier drüben. Drei Gegner hier drüben. Ich muss aufpassen, dass die mich nicht... Okay. einkisten. Wieder nach da drüben fliehen am besten. Okay, ich höre wieder was. Böses. Äh. Partytime hier. Au. Da hat mich wieder der Scheiß im Rücken erwischt. Das ist halt echt mies, weil die da hinten nicht viel, äh, Schutz haben und nicht viel Lebenspunkte und diese blöden Schrapplen-Geschosse halt einfach alles tot machen. Au. Okay, okay. Ich bin wieder vorsichtiger. Ähm. Wow. Hier steht es ungesund. Ähm. Ja, was treibe ich da gerade los? Oh, hi. Es müsste doch einen Weg geben, die auszubremsen. Boah, ha, ha. Habe ich mal kurz Ruhe. Scheinbar habe ich kurz Ruhe. Ich muss mal was ausprobieren. Komm. So. Ha. Das geht tatsächlich. Das geht tatsächlich. Das muss ich verdammt noch mal ausnutzen. So. Gut. Au. Nein, das ist nicht mitiger Gut. Nein. Nein.